sei gegrüßt geliebter mensch geliebte menschenfamilie sei gegrüßt mit der liebe von smarana denn diese energie wird uns jetzt während der nächsten minuten tragen und so bitte ich dich das licht von smarana einzuatmen ich bitte dich dich mit diesem licht auszudehnen und zu spüren wie du wie von ganz allein immer ruhiger wirst ruhiger wirst und lichtvoller wirst denn die energien wirken intensiv sie heben dich an auf eine höhere ebene sie dehnen dich aus und tragen deine seele und so spürst du vielleicht wie alles leichter geworden ist und du nun in der dimension des lichtes angekommen bist ich werde nun für uns die engel des schutzes rufen die engel des schutzes sie werden uns begleiten und dich unterstützen einströmt das licht des schutzes einströmt das licht der sicherheit und der liebe sei gegrüßt lieber mensch die engel des schutzes sprechen heute zu dir und wir wissen wie wichtig es ist immer in der positiven lichtvollen energie zu bleiben denn diese energie gibt dir kraft und stärke und so werden wir beginnen indem wir dein energiefeld reinigen denn je besser du vorbereitet bist umso schöner wird der schutz umso stärker und lichtvoller wird dein schutz sein so beginnen wir mit einer intensiven reinigung welche deinen kompletten körper dein mentales feld dein emotionales fällt reinigt negative energien transformiert und dich in deiner lichtqualität stärkt und anhebt dies geschieht mit unseren worten denn die frequenz der worte die wir an dich richten tragen lichtvolle stärkende energie direkt aus den feldern der liebe des alleinen und so spürst du vielleicht wie sich dein körper neu ausrichtet wie sich das licht um dir und in dir verstärkt lass es ruhig zu denn es geschieht voller liebe und achtsamkeit für dich und so bist du nun bald vollkommen gereinigt und dein energiefeld ist geklärt und ausgeglichen wir singen nun die töne des lichters wir singen in der lichtsprache und durch diese lichtsprache durch diese besonderen töne legt sich smarana um deine schultern spüre wie der schutz von smarana sich um dich legt wie er dich hält und sicher macht denn mit diesem schutzmantel wirst du in der positiven energie bleiben mit diesem schutzmantel kannst du sicher sein dass das lichtvolle das echte lichtvolle zu dir spricht dass die reinste energie der heilung durch dich fließt dieser schutzmantel ist wie ein filter der nur das positive lichtvolle durch lässt und so spüre diese energie und lass dich darin fallen erlaube dir dich so tief wie möglich fallen zu lassen und spüre gottes nähe spüre wie du verbunden bist mit dem alleinen und wie die liebe die unendliche vollkommene liebe sich mit dir verbindet wie sie durch dich fließt und dich erstrahlen lässt wie dein ganzes wesen dein ganzes sein jetzt deine ganze energie lichtvoll strahlt und du genauso strahlst und du jetzt genauso strahlst wie wir die engel die zu dir sprechen denn du trägst das licht des alleinen in dir dieses licht schützt dich und wird dir den weg zeigen es wird dir auch den weg zeigen durch diese schwierige zeit gut hindurch zu kommen so spüre noch einmal hinein wie sich diese energie anfühlt denn nun werden wir den mantel des schutzes für dich in deiner energie verankern wir werden ihn so fest verankern das in zukunft ein gedanke ausreicht und sich dieser mantel um dich breitet und schützt und du auch die tiefe liebe gottes fühlst denn wisse du bist ein teil vom großen und ganzen und wir sind alle miteinander verbunden im lichte dieser liebe so spüre noch ein wenig wie dich diese energie trägt wie sie dich schützt und hält wir sind bei dir und wir singen weiterhin die töne des lichtes die töne des schutzes und wisse du bist unendlich geliebt wir sind voller freude immer bei dir und du kannst uns jederzeit rufen dann werden wir diesen mantel des schutzes verstärken und dann komme in deiner eigenen geschwindigkeit wieder in das hier und jetzt zurück spüre hände und füße und sei wieder ganz da atme einmal tief ein und aus und sei wieder in deiner dimension also ich kann den mantel des schutzes tatsächlich spüren und ich trage ihn ja eigentlich immer er ist schon so intensiv mit mir verschmolzen dass ich ihn so als leicht ganz leicht und lichtvoll fühle ich bin gespannt wie ihr es fühlt schreibt mir es bitte gerne unter das video in die bemerkungen ich lese alle bemerkungen durch und freue mich dann auch wenn es euch damit gut geht ihr lieben ja und wenn dir die botschaft gut getan hat und du immer weiterhin die wichtigsten botschaften erhalten möchtest dann darfst du gerne meinen kanal abonnieren klick einfach hier auf die kugel und schon bist du dabei ich danke dir bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal und zum nächsten mal